Hey Leute, und da bin ich auch schon wieder... Ähm... Ich kann jetzt nicht wirklich viel erzählen, ich hab ne Weile nicht mehr gespielt. Die letzten drei Folgen, die hatte ich noch irgendwie übrig gehabt. Ähm, wir sind in der zweiten Welt bei Primal. Und ich freu mich, dass ihr wieder da eingeschaltet habt, denn irgendwann muss es auch weiter gehen. Und ganz ehrlich... Ich muss nochmals nachgucken. So, okay. So, wir spielen weiter. Primal, nettes Spiel, zweite Welt. Es gibt noch zwei weitere. Ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich werde das hier ein bisschen rushen oder schnell machen. Weil ich mag diese Welt einfach nicht. Die ist echt... oh... Und da kommt auch schon der erste gegen, ne? Äh... Hier war... wo war noch mal... Ah, da haben wir noch mal schlagen. Ah, hier war... ähm... Nein, aber ich muss mir natürlich wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. So. Und kämpfen. Und noch mal. Und... Er weicht aus, dieser Penner. So. Das war übrigens, äh, mein... mein Schutzschild. So, das hier ist mein Schutzschild. Damit kann ich mich wehren, wenn er angreift. So. Verdammt. Ist ja alles elektrisierend hier. Eigentlich sind die Angriffe eigentlich ganz cool. Ah. Okay. Jetzt kann ich ihn fertig machen. Ja, alles ist irgendwie elektrisch gehalten. Hm... Ist jetzt nicht so mein Fall, aber... Oh, was ist denn jetzt? Oh, da war ich mal kurz weg. Ähm... Da war irgendwie ein Problem mit meinem Programm. Da stand nämlich drinne... Dieses Programm benötigt... Äh... Eine Auflösung von... 1000 irgendwas... Bis 1000... Hast du nicht gesehen? Ähm... Ja, und mein Bild ein bisschen zu größeres Kriegen. Ich hatte irgendwie Probleme wieder mit der Aufnahme. Das wisst ihr ja schon. Einige, die natürlich mich länger schauen. Äh... Ich hab gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Ähm... Besteht nichts drin. Na gut. Äh... Ja, ein bisschen Problem mit meinen Aufnahmen. Und da habe ich natürlich ein bisschen was verändert. Daraufhin ist nämlich das geschehen, dass... Äh... Ah, komm mal her. Und nochmal. Darauf ist es nämlich passiert, dass ich meine... Äh... Bildschirmlupe irgendwie nicht benutzen konnte mehr, um mein schönes Aufnahmebild zu vergrößern. Ja, was soll ich jetzt sagen? Aus dem Grund habe ich eigentlich auch keine wirkliche... Du weg. Ist tot. Jen, du brauchst nicht mehr... Achso, der war noch am Leben. Gut. Ähm... Dadurch kann ich den nicht mehr verwenden. Muss natürlich irgendwie anderweitig... Das... äh... Das benutzen. So, ich geh erstmal hier rein. Ich geh erstmal hier rein. Da kann ich sowieso nicht lang. Ich wollte auch nicht da rein. Gut. Ich schwöre mal ein bisschen weiter. Was gibt's da? Da gibt's auch nichts. Da gibt's was. Da ging's lang. Dann geh ich mal da lang. Ja. Dadurch habe ich eine andere Auflösung gewählt. Ah, nice. Eine andere Auflösung gewählt, damit ich ein besseres Bild habe, um mich umzuschauen und das Ding hier zu spielen. Und irgendwie macht das jetzt doch Ärger. Die blöde Tür scheint nicht aktiv zu sein. Hm. Sie braucht wohl erst noch Saft. Saft. Dann schwimmen wir mal hier hoch. Eventuell würde ich hier was finden. Ich schau mich mal um. Da zum Beispiel. Ein Plan des Reinigungssystems. Die Markierungen müssen die Teilstationen sein. Naja. Genau das brauche ich. Bitte. Drücke. So. An der Stelle, in der wir gerade waren, ist jetzt es geöffnet und da unten ist wieder ein Gegner. Ich bin eigentlich zuerst dran. Mann, du Arsch. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie sterbe. Ja, aber der ist ganz schön heftig drauf. Den ziehe ich nicht so viel ab. Hier sind zum Beispiel die Kämpfe auch nicht so spektakulär. Weil, naja, so viele andere Möglichkeiten gibt es hier eigentlich gar nicht. Kann ich mal ein bisschen wegschwimmen kurz. Ja, ich mach trotzdem platt, Mann. So, jetzt ist er weg. Sehr gut. Ist er weg. Äh, mal umschauen. Ähm, ich merke auch gerade, dass meine Energie ein bisschen langsam flötet. Aus dem Grund schwimme ich mal wieder zurück. Kann ich nicht noch schneller schwimmen? Was ist das hier? Na, ich glaube nicht. Ich kann, glaube ich, von da vorne. So, ich kann nicht sehr viel schaffen, dass Kree herkommt. Das wäre nämlich noch besser. So, ich wechsle mal. Kurz geladen. Wer weiß, wie lange geladen wird. Das lädt immer noch. Da ist er. Oh, er ist sogar erst da. Oh, scheiße. So, aber trotzdem kommst du mal mit, bitte. Bis nach unten. Und noch viel weiter. So, da geht's nicht lang. Verdammt, ey. Wo bin ich denn mit ihm hier? Mal schauen. In der normalen Welt würde das alles viel besser klappen, ja? Und was ist hier? So ein Mist hier. Da muss man echt weite Strecken laufen, um irgendwie das Spielprinzip zu verlängern. Oder hab ich manchmal das Gefühl? So. Da kann man immer nur hoffen, dass, ähm... Äh, das ist... Ich komm hier raus. Oder? Dass genau das Ding hier da ist. Aber ich stür mich mal dahin. Und wechsle mal. Äh, das ist... Ja, tut mir leid, Leute. Ich sag ja... Verwirrende Welt. Verwirrende Welt. Und, äh... So dahin... Und... Zurück. Und der ist sowieso weg. Was gibt's da? Da ist nichts. So. 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 Wenn ziemlich schlecht. So. So. 애�ung... Mullán... Ich wünsche dir die Regierung. Mit meter Keinecke. Wir sind onheimsargent. Und du siegen Sieg unter und neunheimlich standschoolieren? Das tut mir persönlich ein allocatorischen Problem war .... Hm, der Schalter funktioniert nicht. Verwandeln, 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 verwandeln! Wissen aus! Wissen von euch! Aber hier ist Wasser, hier ist Wasser! Dann verwandeln dich mal! Und spring sofort rein! Energie hab ich nicht mehr, so wie du weißt. Das weißt du! Rein, rein, bang! Sehr gut! Okay, ein Rad ist ausgerichtet. Ah, da könnte man fast vermuten, ich habe was falsch gemacht. Aber, äh, noch nicht. So, wenn ich jetzt hier hochkomme, wo komme ich denn da hin? Ähm, noch nicht. Okay. Also kann ich ja jetzt wieder hier hoch? Oder? Ja, ich gucke mich mal kurz um. Ich sehe eigentlich nichts weiter. So, dann kann ich raus, mich wieder verwandeln. Das dauert ein Stück kurz, Moment, und fertig. So, dann kann ich auch wieder hier hoch. Macht Spaß. So, Jen, jetzt bin ich wieder da. Äh, und hier kann ich dann auch wieder ins Wasser springen. Wieder eine kurze Verwandlung ins Blaue. Und wir uns rein. Sauber. Sehr gut gemacht, Jen. So. Obwohl ich doch langsam merke, dass ich echt Energie brauche. Weil, ich das erst langsam nicht mehr überlebe. Da brauche ich echt, das kriegen. So, was mache ich jetzt hier oben? Ach, da gibt's bestimmt der nächste, der ist der nächste Raum. Ja. Aber damit müsste ich das eigentlich wieder einschalten können. Äh, beim, wenn ich das gemacht habe, werde ich erstmal Skree wirklich holen. Weil, oh Mann. Weil, äh, ich unbedingt Energie brauche, falls wirklich Gegner kommen. So. So hätt dennig, ja. Barbar, wie lange können Sie meinen, Säge auf Krippe, je Energie b pretty auf den drei Tagen und ... Vielen Dank.